Personal im Krankenhaus Hallo, hallo Berlin, ich bin Silvia Krankenschwester und vom Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus Das Motto unserer Bewegung für mehr Personal im Krankenhaus ist Mehr von uns ist besser für alle Damit ist eigentlich das Personal in den Krankenhäusern gemeint Das können wir aber auch als Motto für uns alle hier nehmen Denn wir stehen unteilbar zusammen Es muss Schluss sein mit der Profitlobe in den Krankenhäusern, in der Eigenpflege, in allen Bereichen der Darwärtsvorgänge Gesundheit ist keine Ware Profite pflegen keine Menschen Mehr von uns ist besser für alle Das Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus Das Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus Vielen Dank.